Musik 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 Für viele Leute ist das Fotografieren fast noch schöner als die Ferien selber. Darum gibt es den Coop-Fotoservice, der schaut, dass man die Fotos hat, bevor die Ferien schon wieder vergessen sind. Musik Noch während rundherum alles schläft, treffen Bestellungen aus den Coop-Läden in Fotolabor ein. Dort werden sie sortiert, die Filme entwickelt und montiert, die verschiedenen Papierformate und Qualitäten beleuchtet und die Tausenden von Ferienerinnerungen auf der Kopie festgehalten, bevor sie nach einer genauen Kontrolle normalerweise noch am gleichen Tag zurück in die Coop-Läden geschickt werden. Musik Musik Wir vom Coop-Fotoservice machen jeden Tag einen Kopfstand für Sie. Musik Guten Abend miteinander. Tiefgefrorenes Wärmisseel gibt es bei Coop zwar das ganze Jahr, weil es im Herbst aber besonders aktuell ist, möchte ich Ihnen heute Dessert-Variante damit zeigen. Ein Päckchen Goldstar-Wärmisseel habe ich aufgetaue, orange in hautlose Schnitzel filetiert. Ein Teil davon brauche ich zuletzt als Garnitur, den Rest schneide ich in kleine Stückchen. Im Fitnessrezept achten wir ja immer auf einen massvollen Zuckerverbrauch und darum wird das Wärmisseel, das schon süss ist, mit ungesüssen Zutaten gestreckt, nämlich mit Joghurt, einem halben Becher Blanc-Battue, einem Eingell und einem halben Teelöffel Zimmet. Die Orangenstücke ebenfalls darin mischen, das steif geschlagenen Eiweiss darin ziehen und dann in vier Portionen anrichten. Das Kastanier-Dessert am Schluss mit Orangeschnitz garnieren und vor dem Servieren eine Zeit lang in den Kühlschrank stellen. Sie sehen, Fitness und Süssigkeiten vertragen sich gut, vorausgesetzt, dass man es eben richtig macht. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP Goldstar Bullenuckets für nur 4,20. Zwei Inkarom Nachfüllbeutel für nur 8,90. Und ein Sechserpack Raider Schockiriegel 1 Franken günstiger für nur 3,40. Und morgen übermorgen und am Samstag offeriert Ihnen GOP zwei Kilogramm Navelinas Orange für nur 2,60. Auf Wiedersehen! Okay.